Hey, heute möchte ich wieder eine neue Kategorie eröffnen. Das Thema Reisen und Abenteuer zum Thema Tauchen. So wie der Kollege hier neben mir, möchte ich in drei Wochen für euch abtauchen. Für mich geht es nach Scupper Flow. Dort präsentiere ich euch ein Scupper Special mit aktuellen Tagesinformationen, mit netten Geschichten und super kleine Informationen über das Wrack und was wir dort so erleben. Ich habe mit meinem alten Team Rack Explorers schon eine Dokumentation in Scupper Flow gedreht. Vielleicht kennt ihr sie. Ich habe im Infofeld für euch schon mal den Link reingesetzt, dass ihr euch das Video angucken könnt, wenn ihr schon mal Lust habt, ein bisschen was zu sehen. Aber hier für euch schon mal ein paar Einblicke und Vorfreude für in drei Wochen. Ich hoffe, ihr schaltet rein und teilt das mit euren Freunden. Ich hoffe, ihr schaltet das mit euren Freunden. Nichts nicht nur auf jeden Tag, es ist ein Baum. Ich hoffe, ihr schaltet das mit euren Freunden. Ich hoffe, ihr baut hast 한번été. Sehr gut! Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020